Musik Schwungvoll startet Tigerdame Maruschka in einen neuen Lebensabschnitt. Der erste Besuch im großen Gehege. Eine völlig ungewohnte Umgebung für die aus Novosibirsk stammende Katze. Sofort weicht ihr jugendlicher Übermut der angeborenen Vorsicht. Hoch konzentriert nimmt die dreijährige Maruschka ihr neues Revier in Augenschein. Die aufgestellten Barthaare zeugen von der großen Aufmerksamkeit, mit der sie ihre Umgebung prüft. Doch was diese größte lebende Katze der Welt nicht weiß, vor ihrem Erstbezug ist das Gehege umfangreich modernisiert worden. Die alte Anlage war in die Jahre gekommen und nicht mehr stabil genug für einen Jungen unternehmungslustigen Amultiger. Der breite Wassergraben wurde mit einer neuen Kompressionsanlage ausgestattet. Kein Whirlpool für Tiger. Sie soll vielmehr verhindern, dass die Wasserfläche im Winter zufriert. Tonnenweise Erdaushub war notwendig, um den hinteren Gehegebereich zu vergrößern. Baumaschinen haben tiefe Löcher für die starken Fundamente der neuen Begrenzung gegraben. Doch für diese technischen Details interessiert sich Maruschka kein bisschen. Ab sofort wird sie ihr neues Reich ausgiebig in Augenschein nehmen und sämtliche Möglichkeiten zum Spielen, Klettern, Springen, Schwimmen, Verstecken und Ruhen gründlich ausprobieren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020